Äh, lasst in... Fußball-Challenge und dann in Monte sein Auto. Danke, danke, danke. Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal. Ja! Ihr seht schon im Titel, es gibt wieder eine neue Fußball-Challenge zusammen mit Marlon und Eidos. Mit dabei ist noch Koray, Adam, wir haben zwei professionelle Kameramänner. Freddy hilft uns aus, Dankeschön dafür. Freddy, Freddy, Freddy. Fred Ward, ich glaube, er hat seinen Job. Das weißt du auch selber. Ein Tor. Das weißt du. Ja, lass gerne ein Like da, lass ein Abo da. Einfach mal wieder ein bisschen Fußball-Content. Will ich dieses Jahr, jetzt wird es langsam wärmer, viel mehr machen. Deswegen lass gerne ein Like da, lass ein Abo da. Und let's go. Der Profiplotz. Ach, ach, ey. Wieso ist Dings? Ist er abgesperrt? Mit Abschlusstraining am Laufenden. Oder machen die es bei jedem Abschlusstraining? Tschüss. So, warst du wieder in Stuttgart? Dein Bruder supporten? Nee, diesmal nicht. Nein? Oh Gott. Ich habe sogar extra auf Nostalgie härter Sachen angehabt. Nein, angezogen. Alter, wie geil. Auf Nostalgie, Digi. Die von früher, von Profis. Aber die passen mir sogar noch. So fett bin ich nicht geworden. Maler und Elders sind noch in der Kabine. Die holen kurze Schuhe für Elders. Soll natürlich auch Qualität am Start sein. Und dann geht's auf den Platz bei meiner Herda. Ich freue mich wieder, einfach erstens meinen Rasenschuh anzuziehen. Jetzt war die ganze Kunstrasen-Season. Und wieder auf dem schönen Rasenplatz einfach ein bisschen zu schießen. Morgen, by the way, Spiel, 8 Uhr, Treffpunkt. Schwer. Ich schwöre, das sieht sogar wirklich nicht mal schlecht aus. Sieht wirklich ein bisschen athletisch aus. Sieht aus wie ein Pro? Ein bisschen, ja. Aber dein Arsch ist wirklich... Der Jens Hitler sieht aus wie ein Pro nach seiner Karriere, der so in der Regionalliga bei so einem Mittelfeldteam spielt und wo er schwarz noch mal richtig viel Kohle bekommt. Was machen wir mit meinem Sohn? Komm, Elders mit Bälle tragen. Deine Hose ist unten. Ich glaube, er hat keine Hand, vor allem die hochzuziehen. What the hell? Ich habe Seitenstechen von dem Weg laufen. Wegen Eisdä. Bruder, meine Hose ist runtergerutscht. Lass doch liegen jetzt. Und Bälle sind hier. Der Jüngste trägt's. Wer bin ich? Wer bin ich? Leventi, Leventi, Leventi. Abdu. Ich die nicht. Aber Leute, meine Community. Leventi auf die 1. Hält auf die 1. Hält auf die 1. Ne, ne. Wir machen uns erstmal ein bisschen warm. Wir müssen uns verletzen. Das ist sehr wichtig, auch wenn die Bolzen geht oder so. Ich schwöre, es ist schön mit... Aber der Platz sieht nicht geil aus oder bin ich dumm? Also natürlich kein Disrespect, aber sieht der gut aus? Mit diesen Dingern hier und so. 1, 2, 3, 4, 5. Nicht direkt schießen. Ja, dann geht's los. So, wir sind jetzt rübergegangen auf den Kunstrasen. Was geht, was geht, was geht? Wir haben schon einen Challenge aufgenommen für Marlon. Ja, jetzt ist Kunstrasen. Kunstniveau hier. Und Edos, mein Sohn, sieh mir morgens. Moriotta. Äh, ja. Mal gucken, wie Edos abschneidet im Vergleich zu uns. Ich hoffe, du kannst einigermaßen mithalten. Ja, ich mach. Nicht gleich für Mippel. Oder ist so kalt, keine Ahnung. Digga, ich check das bis heute nicht ganz. Aufs Hertha-Training-Gelände kann man prinzipiell immer und jederzeit drauf, ne? Das ist ja so öffentlich. Falscher-Challenge, ganz normal. Find the Pro. Ich bin hate auf die Eins. Wir wandten auf die Eins. Ja, find not the Pro. Nur bei meiner Community. Hab ich gesagt? Sag ich auf, Falscher? Ja. Okay, gleich, gestanden. Okay, Falscher. Oh, Mensch. Äh, ah, hab ich vier Monate gesagt? Hilfe. Danke für zwei Jahre, Bruder. Wie? Achso, oh. Im Tor hilft uns Freddy aus. Auch den Sonntag, äh, auch den Samstag. Äh, das ist auch nicht selbstverständlich. Deswegen vielen Dank auch Freddy. Ich hab fünf Schüsse. Also, ihr kennt's ja, Falscher. Äh, Elfmeter, Freistoß. Ne, Elfmeter. Eins gegen eins. Freistoß. Freistoß. Und dann, wir machen auch diesmal Freistoß mit links. Wie bei Find the Pro. Und letztes ist Two-Touch. Schau mal. Drei Tore. Sydney schießt links. Und dann denk nicht Fritboard. Was? Ich sag, er macht insgesamt drei Tore. Mit rechts macht er den noch. Aus der Mitte weiß ich... Ja, drei. Auf Sicherheit. Oh mein Gott. Hä? Das ist doch auch Sicherheit. Ich will ja hier die Tore mitnehmen. Kurze Eck war so offen. Okay, wir gehen vor. Fünf vor fünf. Ich bin so gespannt auf links. Kurze Eck. Oh, vier. Okay. Fünf vor fünf. Ja, lass. Los. Gut, Leute. Oh, bitte. Zwei Premiere. Sie touchen ihn dir. Boah. Und links. Nein. Oh mein Gott. Erst wird ins Tor gegangen. Erst wird ins Tor geflogen. Wie bei Anime. Alter. Ich schwör, ich glaube, viel Torhüter. Richtig kacke. Weil die Zeit auf Video ist das noch relativ hell. Aber ich glaube, man sieht den Ball wirklich nicht. Das war Bulletin von Anime. Wo so ein Ball im Tor, äh, im Bauch geht und dann dreht das mit drei. Fünf vom Fünf. Cam runter, bra. So, jetzt bin ich dran. Den hat sehr gut vorgelegt. Ich mach drei Tore. Rechts unten. Zeig mal. Alter, guck mal, wie der läuft. Guck mal, wie der immer läuft. Mach Abzug, mach Abzug. Besser ist. Jetzt kann sein, dass du hier Rasen mitgenommen wirst. Ich würde gerne interessieren, wie dunkel das wirklich ist und nicht auf Kamera. Unten, links. Nein, niemals. Niemals. Nein, niemals. So, ich bin dran. Drei Tore ist Ziel, drei Tore ist Pflicht. Elfmeter ist eigentlich immer drin. Ich weiß nicht, wie man Elfmeter verschießen kann, außer, man ist jung. Ich bin auch gespannt auf links. Ja, bis jetzt alles super clean, aber was soll ich euch erzählen? Also, das ist ja auch so ein bisschen die Erwartungshaltung. Also, ich weiß ja, dass Marlon gegen den Ball treten kann. Ich glaube, viel schlimmer wäre es, wenn ich jetzt so überrascht wäre, dass er den macht. Checkt ihr, was ich meine? Boah, ja, okay, der macht er gut. Jetzt trotz ein sauberer Abschluss. Das ist ja geil, ey. Hat er gesagt, für Content? Er sagt, für Content? Alter, wie geil. Ey, ich schwöre, man sieht nix mehr. Ich habe auch nix mehr gesehen. Das ist eine unmögliche Challenge. Wir sehen den Ball nicht mehr. Ja. Aber es sieht sich so Dings aus, ich schwöre. Zweite Challenge, Mert macht den Flugball dreimal. Ich nehme die Bälle aber erstmal alle nur an. Das heißt, ich platziere die mir irgendwo und im zweiten Kontakt muss ich dann schießen. Aber erstmal liegen alle drei Bälle und danach. Kommen? Pferd, pass auf, deine Hände. Lieg, flieg. Oh, der liegt perfekt. Der liegt auch super. Und der war unglaublich geil angenommen. Wow, wunderbar. Aber es wird wirklich dunkel. Ich glaube, in echt ist es viel dunkler als die auf Video. und der liegt auch super. Ja, der liegt auch super. Links. Oh, boom. Wieder nicht oben. Wieder, wieder, wieder. Egal, gut. Ich wollte es zu schön und zu doll machen. Das sieht gar nicht dunkel aus hier. Mach auf, gut. Ohne Sinn. Gut, ey, doch. Ja, booby trap. Gute touch. Übertretet. Oh, weiter. 07 Kontakten, ey, oder? Ey, das bist du mein Team. Ey, du bist mein Team bei Dings. Ey, Liga La Cup wieder. Titelverteidiger. Was hast du für einen Schuss gerade? Hä? Nimm den auch? Top left. Um links. Ich schwöre, ey, das ist ein Schusstechnik super. Aber er hat 68 Schuss gehabt. Salam, Bruder. Wie geht's mir bestens? Aleykumsalam. Wirklich. Es ist ein Challenge. Es ist ein hart. Es sieht auf Kamera nicht so aus. Es sieht gar nicht dunkel aus, Mann. Hä? Ich filme gerade. Gleich Fussball gucken. Wer spielt denn noch? Super. Super. Super touch. Liegt? Und? Und? Man sieht nichts, ne? Jetzt kommt ein David Lewis. Warte. Oh, jetzt bin ich gespannt auf den David Lewis. 14, oder? 14, oder? 23 Meter. Super. Oh! David Lewis. Sogar wirklich IV. Jetzt kommt ein Dings über Stammbein. Man sieht schon, wie er steht. In der geht's. In der geht's. Ich sag, der geht auch über linkses Stammbein. Ja, okay. Schade. Elders hat gewonnen, glaube ich, ne? Glaubst du? Elders hat zwei Tore gemacht. Joa, wirklich? Oder ist Quatsch? Jus, danke für die Verschenkung. Habe ich ein Tor gemacht? Ne. Stimmt. Ne. Doch, der erste, glaube ich, von hier. Stimmt, doch, ich habe ein Tor gemacht. 1, 1, 2. Eindgezählt eingeblendet. Elders führt. Nächste Challenge. Hahahaha. Elders führt. Elders führt. Elders führt. Rooney Bullets. Wir stehen hier. Ball kommt über uns. Und dann Volley. Adlan. Rooney. Bullets. Hey. I told you. Salam. Aleykumsalam. Okay, let's go. Yaya. Kicksleck, kicksleck. 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 Wundu hell. Unne Bullets. Wie spät ist es, dass es so dunkel ist? Muss 18 Uhr sein, oder? Mit einem. Aber für 19 Uhr sieht es auch wieder hell aus, ja? Digger, dieser klassische Trick von Sydney. Super! Macht daraus ein Edit, Leute. Ja, ja, warte kurz, ich mach. Ja, 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 wir machen, wir machen, Leute, wir machen. Wieso macht Adam nicht mit Fragen? Kann man sich selber beantworten. Es ist so krass, man sieht nichts. Ich hab keine Ahnung, wie ich den Ball treffe, es ist so dunkel. Also, ich schwöre, OnCam, das sieht wirklich hell aus, es ist dunkel. Also, ohne Spaß. Wenn der Ball hier ist, sehe ich den Ball erst. Boah, jetzt ist wirklich dunkel. Auf, Laffi, hoch, Bullets! Oh, sei ehrlich, man sieht sich schon den Ball kurz, ne? Jetzt ist weit gelaufen. Ich glaub, man sieht den Ball wirklich krank nicht. Sydney lässt den Ball zweimal dotzen. So schwer gerade, ich schwöre, weil man nicht liegt. Warte mal. Juhu! Glaubt ihr, Manu sagt, jetzt wette? Nein, jetzt wette, aber ich glaube, Manu wird noch einmal sagen, dass man den Ball nicht sieht. Ich hab's drinnen gesehen, ich bin ehrlich. Obwohl, man sieht eigentlich nichts mehr, ne? Hehehe! Aber die strammen Maxe, die gehen immer. Soll sich einfach gerade... Okay, Eldos, du bist... Jetzt mittlerweile auf Cam, sogar schon ein bisschen Dings. Und jetzt kommt noch der besoffene, blinde Maulwurf hier. Eldos, ich bin sehr gespannt, ob er bei dir überhaupt trifft. Ich seh auf gar nichts. Bruder, ich seh wirklich nichts. Ich seh wirklich nichts. Wie geht das? Wie geht das? Wie geht das? Wie geht das? Ich hab die Knie getratzt. Ey, ich bin ehrlich, ein Maulwurf. Ja. Alter, die Reaktion von Eldos. Oh, was? Ich bin jetzt mein letzter in der Telle. Ich bin jetzt mein letzter in der Blind Football Challenge. Ja, ja, ja. Freti, halt. Ja, wirf mal ein paar. Schau dir auf. Oh, das kommt schon wieder. 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 Hey, wo ist Freddy? Hey, wo ist Freddy? Gut, Leute, das war's mit der Challenge. Gerade die Gegebenheiten, dass ich mich besser zugelassen haben. Schwer. Gibt's Video auf dem zweiten Kanal. Hier gibt's auch immer wieder Stream-Highlights, etc. Ich bin jetzt in meinem neuen Streaming-Setup. Kommt gerne in den Twitch-Streams vorbei. Lasst dir ein Abo da. Ja. Und das war's mit meiner Nine-Set. Ja. Davor haben wir auch noch Fußball-Challenge aufgedreht. Ach, ist das... Das ist gar nicht Sidney, sein Haupt-Kanal. Jetzt check ich das. Ich dachte mir schon, der lädt so ein Video auf seinen Haupt-Kanal hoch. Weil so... War er dunkel und so. Das... Das war so... Das war von Sidney so dieses noch schnell... Ne, er meinte zu dunkel. Ja, dachte ich mir auch. Na ja. Okay. Das war so total. Das war die Sze hanno eine Sentent. Das war der Rıktache. Bis zum nächsten Mal.